Der Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster konnte sich namhaft verstärken in Person von Joche Dendrix, der zwar nur aus Australien kommt, aber dennoch ein Unterschiedsspieler für sie sein wird und warum das der Fall ist, zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir zu seinem Spielerprofil kommen und was er Münster dementsprechend auf dem Platz zu bieten hat, muss man festhalten, dass er auf jeden Fall eine Menge Erfahrung mitbringt, die es so auch benötigt. Ja, man hat zwar erfahrene Spieler im Kader, hat sich jetzt auch gewissermaßen Zweitliga-Erfahrung mit den schon getätigten Transfers dazugeholt, aber Hendrix springt da einfach nochmal ein anderes Level. Er hat nicht nur eine Saison 2. Bundesliga in den Knochen bei Fortuna Düsseldorf, nein, davor war er vor allem in der Eredivisie in Holland in der 1. Liga bei einem Top-Team mit der PSV aus Eindhoven gesetzt, war da meistens Stammspieler auf der 6, hat dementsprechend auch einige Champions League, einige Europa League Spiele gemacht, daher auch international erfahren. Mit der Zeit konnte er das Niveau aber nicht mehr so wirklich halten, ist dann nach Russland gegangen, auch da konnte er nicht mehr so wirklich Fuß fassen, ist nochmal nach Holland zurück zu Feyenoord-Rotterdam, hat sich da auch nicht durchsetzen können. Dann hatte er eben die Station in Düsseldorf, also schon ein klarer Rückschritt in die 2. Bundesliga, hat da dann aber wieder recht gute Leistungen zeigen können, wurde aber auch von Verletzungen immer mal wieder ein bisschen zurückgeworfen, dementsprechend war er kein klarer Stammspieler, gut konnte er dementsprechend auch nicht sein, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er auf Zweitliga-Niveau ein guter Spieler sein kann, ist ja jetzt auch nicht viel älter, mittlerweile 29 Jahre alt, hatte jetzt zwar eine Saison in Australien, da ist das Niveau natürlich nicht ganz so gut, würde ich schon sagen, dass das schlechter ist wie in der 2. Liga in Deutschland. Nichtsdestotrotz wird er das Fußballspielen dort jetzt nicht verlernt haben und das bringt uns dann eben zu seinen fußballerischen Qualitäten. Wenn ich da so seine Scouting-Berichte auf FB Ref durchgehe, sei es jetzt seine Zeit bei der PSW, sowohl in der Liga als auch in der Champions League oder International, oder jetzt auch bei Düsseldorf in der 2. Liga zuletzt, zieht sich eigentlich ein klares Muster durch, dass er gegen den Ball ein extrem guter Spieler ist, gute Zweikampfwerte aufweist, viele Bälle abfangen kann, ein gutes Stellungsspiel hat, hart in die Zweikämpfe geht und dementsprechend ein extrem ekliger Gegenspieler. Auf der 6 macht er da eigentlich alle Räume zu, ist ein klassischer Abräumer, gewinnt auch trotz seiner Größe von nur 1,81 Meter, relativ viele Kopfballduelle und er ist ein sehr progressiver Passgeber, also spielt viele linienbrechende Pässe, die meistens nach vorne gerichtet sind, eher weniger sichere Pässe, klar kann er das auch, aber diese progressiven Pässe nach vorne sind auf jeden Fall seine große Stärke, neben sämtlichen defensiven Kompetenzen. Alles andere zählt jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken, also er ist weder torgefährlich, noch extrem gut im kreativen Passspiel, also er ist jetzt keiner, der die Chancen vorne kreiert, er ist eher dafür zuständig, über das Passspiel die Bälle nach vorne zu bringen im Ballbesitz und gegen den Ball halt eben den Ball zurück zu erobern bzw. die Räume zu schließen. Also er ist schon eine klare Holding Six, wie man ja heutzutage sagt, der seine Position hält, auch weil er jetzt nicht unbedingt das nötige Tempo hat, um diese Läufe nach vorne zu starten, also er ist jetzt auch keiner, der mit Ball am Fuß den Ball nach vorne trägt, sondern halt wie gesagt eher über das Passspiel kommt. Abschließend kann man sagen, dass das auf jeden Fall eine richtig gute Verpflichtung ist. Ein Spieler der Preußen Münster qualitativ sowohl auf, als auch neben dem Platz verstärkt durch seine Erfahrung. Er hebt auf jeden Fall die individuelle Qualität des Kaders an, um halt eben auf Zweitliganiveau mithalten zu können, nachdem man jetzt zweimal in Folge aufgestiegen ist, aus der Regionalliga in die dritte, in die zweite Liga. Außerdem könnte er auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen, dann natürlich eher auf der linken Seite, da er Linksfuß ist. Erhöht so also auch die taktische Flexibilität und Variabilität, wie man gewisse Spieler einsetzt, beziehungsweise wie man auf die Gegner reagiert. Alles in allem für mich ein Top-Transfer, vor allem da er ablösefrei ist und schon ein wenig unerwartet, dass er aus Australien jetzt nochmal zurückkehrt, in die zweite Liga nach Deutschland. Aber da er erst 29 Jahre ist, trotzdem ein richtig cooler Transfer, der meiner Ansicht nach auf jeden Fall aufgehen wird. Das soweit meine Einschätzung und Analyse zu Jorrit Hendricks, der zu Preußen Münster wechselt. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Transfer in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!